Herr Fuchs, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Tagesgespräch bei Phönix. Wir wollen reden über Zustand und Perspektiven der Grünen Partei. Sie als Grüner der ersten Stunden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, mit wie viel Freude und Zuversicht würden Sie Grün wählen? Mit großer natürlich. Nicht nur aus alter Verbundenheit mit den Grünen, sondern weil ich überzeugt bin, dass die Grünen dringend gebraucht werden in der Republik und möglichst auch in der Regierung als gestaltende Kraft, wenn man etwa Themen wie Energiepolitik nimmt oder Einwanderung oder auch die unambitionierte Finanzpolitik der Großen Koalition, dann braucht es dringend eine frische Kraft mit neuen Ideen und Impulsen und politischen Ambitionen. Die Grünen haben etwas vor. Und das kann man bei der Großen Koalition gegenwärtig gar nicht richtig erkennen, was die eigentlich vorhaben politisch. Das war schon perspektivisch. Aber wenn wir mal auf den aktuellen Zustand gucken Ihrer Partei, wo die Sie ja nach wie vor begleiten, aber mit ein bisschen Draufsicht auf das aktuelle Geschehen. Wie würden Sie denn den aktuellen Zustand beschreiben? Na gemischt. Wir sind doch in den Ländern sehr erfolgreich. Wir sind jetzt in sieben Landesregierungen, demnächst wahrscheinlich sogar in acht. Die Nachfrage nach grüner Politik auf kommunaler Ebene ist hoch. Wir liegen da in den größeren Städten fast regelmäßig über 20 Prozent. Und wir müssen jetzt im Bund noch ein bisschen aufschließen und Tempo zulegen, um auch aus der Opposition heraus wieder stärker zu werden, als wir das im Moment sind. Sie sagen Tempo aufnehmen, aufschließen auf Bundesebene. Andere sagen, es liegt ein total diffuses Bild derzeit vor. Es gibt fundamentale Differenzen, beispielsweise bei politischen Kernthemen wie Waffenlieferungen an den Irak. Da hört man es von der einen Seite so, von der anderen wieder genau entgegengesetzt. Es gibt Differenzen, was die Abschaffung des Ehegattensplittings angeht und noch zentraler in der Frage, wollen wir eigentlich mehr Markt oder wollen wir mehr Staat? Wie erklären Sie dieses diffuse Bild Ihrer Partei? Ja, erstens kenne ich ja noch die Zeiten, in denen es tatsächlich fundamentale Differenzen innerhalb der Grünen gab, wo die unterschiedlichen Flügel im Grunde gar nicht zusammengepasst haben. Davon kann heute überhaupt keine Rede sein. Das sind, ich würde sagen, ganz normale politische Debatten, die es jetzt in den Grünen gibt über die Ausgestaltung, über die Grundlagen der Politik. Aber herrscht eine relativ große Einigkeit heute bei den Grünen. Was stimmt, ist, dass wir unseren programmatischen Akku, die Batterie wieder aufladen müssen. Die Grünen brauchen ein paar neue, attraktive Reformprojekte, so wie es die Energiewende oder die Ökosteuerreform oder die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, doppelte Staatsbürgerschaft für Migranten waren oder die Gleichstellung von Homosexuellen. Und da hapert es im Moment. Wir haben viele gute Fachleute, aber es fehlt ein bisschen die übergreifende Erzählung, die großen Ideen und politischen Botschaften. Und woran liegt es? Liegt es an der Führung? Also die neue Führung hat jetzt noch nicht allzu viel Zeit gehabt, sich zu sortieren und diese neue Rolle zu finden. Wir sind mitten in einem Generationenwechsel, sagen wir bei den Grünen. Es ist auch eine komplizierte Struktur mit zwei Fraktionsvorsitzenden, zwei Bundesvorsitzenden und sehr selbstbewussten Landespolitikern inzwischen bei den Grünen. Aber ich würde auch sagen, es ist jetzt die Zeit gekommen, um mehr politische Führung zu entwickeln und auch mehr an politischer Koordination. Das hat man in der Debatte um Energiepolitik gesehen. Man hat es gesehen in der Diskussion über den Asylkompromiss. Da müssen wir jetzt in die Puschen kommen. Wenn Sie von fehlender politischer Führung sprechen, beziehungsweise sagen, da bräuchten wir etwas mehr. Ist das ein Appell an die Fraktionsvorsitzenden und an die beiden Parteivorsitzenden oder nicht? Ja, die sind ja nun nicht allein auf weiter Flur. Sie brauchen auch die Unterstützung aus der Fraktion und aus der Partei heraus. Aber natürlich, wer in einem solchen Amt ist, der hat auch eine Führungsverantwortung und der muss über den Tag hinaus auch Perspektiven entwickeln und überzeugende politische Botschaften vertreten. Das heißt ja gar nicht, dass das heute nicht schon auf vielen Feldern der Fall wäre. Aber was wir brauchen, ist eine stärkere Bündelung, sodass man genau weiß, wofür stehen die Grünen in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Parteispitze, Fraktionsspitze, aber auch so herausragende Figuren wie der Ministerpräsident von Baden-Württemberg kommunizieren nicht genügend miteinander und zeigen nicht, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen? Also ich weiß, dass sie viel miteinander telefonieren. Das ist nicht das Problem, aber es gibt im Moment kein wirkliches Zentrum, ein institutionelles Zentrum bei den Grünen. Wir bräuchten im Grunde so etwas wie ein Parteipräsidium, in dem die wichtigsten Akteure der Grünen im Bund und Ländern zusammen sind und auch gemeinsam verantwortlich sind für die Weiterentwicklung grüner Politik und für abgestimmte politische Aussagen. Aber Herr Füchs, wie hilfreich sind denn in diesem Zusammenhang denn Debatten, wie Jürgen Trittin sie entfacht hat, indem er den Grünen Landesverband als Vaziristan bezeichnet? Na, das muss man ja nicht für bare Münze nehmen. Fakt ist, dass Baden-Württemberg ausgesprochen erfolgreiche grüne Politik macht und dass die Bundespartei durchaus davon auch etwas lernen kann, nämlich wie man über das enge grüne Milieu hinaus breite Teile der Gesellschaft anspricht und weitreichende Reformpolitik mit einem gewissen Pragmatismus und einer Dialogfähigkeit verbinde. Das ist eine große Qualität, gerade von Kretschmann. Aber klar ist auch, dass jetzt nicht die ganze Republik nach dem Modell Baden-Württemberg funktionieren kann. Wir müssen unsere Stärken aus den verschiedenen Regionen bündeln, statt uns gegenseitig schlecht zu reden. Boris Palmer sagt, das Hauptproblem der Grünen sei, dass ungeklärt sei nach wie vor die Frage, ob man von der Seitenlinie aus rummosern wolle oder einfach mitspielen, also rauf aufs Spielfeld. Na, ich sehe schon, dass die große Mehrheit will regieren. Die wollen gestalten. Nicht nur in den Ländern, sondern auch im Bund. Die Differenzen liegen dann eher darin, in welcher politischen Konstellation und Koalition will man das machen. Das ist natürlich noch ein unausgetragener Konflikt bei den Grünen, ob man sich stärker Richtung Rot-Rot-Grün orientiert oder ob man sich stärker Richtung einer Koalition mit der Union öffnet. Ich meine, im Moment ist Rot-Rot-Grün sowieso völlig irreal bei dem Zustand. Der Linkspartei ist schlicht nicht regierungsfähig, aber wir werden sehen, wie die nächsten zwei Jahre sich entwickeln. Die Grünen müssen vor allem ihre eigenständige Position definieren. Sie können sich nicht über die Koalitionsfrage in Position bringen, sondern sie müssen sagen, wofür sie selbst stehen und dann gucken, in welcher Konstellation sie ihre Politik verwirklichen können. Welche Signal muss von der Bundesdelegiertenkonferenz in Hamburg ausgehen? Ich würde sagen, die Grünen sind diskussionsfreudig. Sie vermeiden nicht die Debatte um ihre internen Konflikte und sie sind gleichzeitig fähig, sich zu einigen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Füchs. Gerne.